Buch. Investieren Sie in Mosambik, besuchen Sie Mosambik. Autor, Celso Salles. Afro-brasilianische Schriftstellerin, Forscherin, Kultur- und Sportorganisatorin. Die Aktivatoren politischer Strategien und des Austauschs zwischen afrikanischen Ländern und der Welt. Mosambik ist ein Land an der Ostküste des südlichen Afrikas, begrenzt von Tansania im Norden, im Nordwesten Malawi und Sambia, im Westen Zimbabwe, Südafrika und Swaziland, im Süden Südafrika, im Osten der Abschnitt des Indischen Ozeans, der als Kanal von Mosambik bekannt ist. Im Kanal von Mosambik sind die Nachbarn Madagaskar und die Kumoren, einschließlich des französischen Besitzes von Mayotte. Im Indischen Ozean, östlich der großen Insel Madagaskar, sind die Abhängigkeiten von Reunion, Juan de Nova und Europa. Im Kanal von Mosambik, ungefähr auf halber Strecke zwischen dem Festland und Madagaskar, ist das Adol von Bassastar India, ebenfalls ein französischer Besitz. Die Hauptstadt von Mosambik ist Maputo. Die nördliche Hälfte, nördlich des Zambezi, ist ein großes Plateau mit einer kleinen Küstenebene, die von Korallenriffen begrenzt wird. Das an das Landesinnere grenzt, grenzt an Bergmassive, die zum Great Rift Valley System gehören. Die südliche Hälfte zeichnet sich durch eine breite Schwemmlandküstenebene aus, die von Savannen bedeckt und von den Tälern mehrerer Flüsse durchschnitten wird, von denen der wichtigste der Limpopo ist. Warum Tourismus in Mosambik? Die ganze Nähe zu Mutter Natur. Dieses Land ist ganz anders als die Touristenziele im Rest der Welt. Hier können die Besucher eine Mischung aus traditioneller und moderner Kultur spüren, zusammen mit Erholung und vor allem Nähe zu Mutter Natur. Dieses Land ist mit allen Arten von Naturerbe gesegnet. Die afrikanische Kultur gilt als eine der ältesten Kulturen und Zivilisationen der Welt und die Mosambikaner wissen, was sie ihren Gästen auf die bestmögliche Weise bieten können. Sechs gute Gründe, sich für Mosambik zu entscheiden. Erstes Afrika ist auf dem Aufstieg. Zwei. Eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Afrika. Drei. Die junge Bevölkerung und die schnell wachsende Belegschaft. Vier. Das Tor nach Afrika südlich der Sahara. Fünf. Das Bedürfnis nach nachhaltiger Entwicklung. Sechs. Der Status Quo ist unzureichend. Mosambiks wirtschaftliches Potenzial, Investitionen in Agroindustrie, Landwirtschaft, Tourismus, Fischerei und Bergbau anzuziehen, ist enorm.